Moin Leute, was geht? Willkommen ja hier zu einem kleinen Informationsvideo. Ich hatte ja das Video, das ihr hier jetzt seht, in einem der letzten Live in the Woods Folgen angekündigt. Und heute reden wir einfach ganz kurz, also ich möchte euch ganz kurz erzählen, um was es geht. Nichts Schlimmes eigentlich. Ja, und zwar es geht darum, dass ich ja jetzt ab dem 1.9. so gesagt eine Ausbildung gehe. Also ich gehe jetzt eine ganze Woche in so eine Art Schule, sage ich es mal. Und ab dann gehe ich in eine betriebliche Ausbildung hinein, das dann über die Schule so gesagt läuft. Und ja, deswegen Leute, will ich damit einfach nur sagen, dass dann die Upload-Zeit, sage ich mal, sich manchmal, beziehungsweise auch mal öfters, verspäten kann. Das heißt, es kann sein, dass mal einen Tag zweimal kein Video kommt. Es kann auch mal sein, dass jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel nächste Woche meine Theorieprüfung beim Führerschein. Deswegen muss ich ja jetzt noch sehr gut lernen dafür. Und deswegen kann es auch sein, dass in der Zeit auch nicht so viele Videos jetzt kommen. Und auch in der kompletten Zeit, sage ich jetzt mal, von Beginn bis Ende der Ausbildung, kommt es nicht mehr. Also ich meine jetzt mit nicht mehr, nicht immer. Also ja, ihr versteht bestimmt, was ich meine. Also die Videos kommen ganz normal, halt eben nicht regelmäßig. Also die Videos werden ganz normal weitergesetzt. Nur es kann mal sein, dass mal zwei Tage Pause ist. Kann auch mal sein, dass nur ein Tag Pause ist. Kann aber auch mal sein, dass drei Tage Pause ist. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich, wie es halt gerade, ich sag mal, von der Arbeit und von der Lust dann auch noch abhängt. Weil ich meine, wenn man den ganzen Tag dann weg ist, dann will man auch nicht jeden Abend immer noch hier sich um alles dann kümmern. Sag ich jetzt einfach mal, seid ihr irgendwie böse gemeint oder so. Äh, nein. Also das, ich wollte jetzt nur dieses kleine Infovideo machen, um euch zu sagen, dass halt jetzt die nächste Zeit, ähm, nicht mehr so regelmäßig die Videos kommen, wie sie jetzt kannten. Wo ich jetzt halt eben meine langen Ferien da hatte, die zwei Monate. Und ja, Leute, das heißt, äh, die Videos kommen weiterhin nicht mehr so regelmäßig, aber sie kommen. Also, ihr könnt schon damit rechnen, dass es nicht länger wie drei Tage eine Pause, also drei Tage ist das Maximum, habe ich mir, äh, eingeprägt, ähm, bei einer kleinen Pause. Wenn es soll eine längere Pause geben, werde ich natürlich ein Infovideo darüber machen. Ja, ähm, ich hoffe, euch hat das kleine Infovideo gefallen, ein bisschen informiert und dann würde ich sagen, dann wünsche ich euch mal noch ein schönes Wochenende. Ciao, Leute!